Ich würde dann eher nur so lachen, wenn der wüsste. Ich bin das nämlich. Ich kriege nämlich eine Million Euro. Hallo meine Freunde der Sonne. Heute reagieren wir auf die absolut wahre Ostergeschichte. Die Ostergeschichte, die wir uns heute angucken, ist wahr. Es gibt keine andere wahre Geschichte. Das ist die wahrste Geschichte überhaupt. Ich wüsste dann lieber als Oster. Boom, 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 mit dem Hammer auf den Kopf. Was ist das? Jesus zog durch Galilä... ...Lehrte in den Synagogen aus und verkündete überall, dass das Reich nun begonnen hat. Sogar in Syrien heil. Aber ohne Scheiß, ne? Stellt euch mal vor, ihr habt so jemanden bei euch in der Stadt, ne? Ich würde den einen Stein in die Fresse schlagen und sagen, hier, guckst du mal auf die Uhr, Mann? Ich will nur schlafen. Kommst gerade von deiner Nachtschicht, und dann fängt er an. Jüngern inzwischen gekommen. Kurz bevor sie Bethphage und Bethanien erreichten, fickte Jesus zwei Jünger und einen jungen Esel. Sollte euch jemand fragen, was ihr da tut, dann sagt einfach, brah, 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 brah. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und kehrte nach kurzer Zeit zurück. Es kamen nur noch zwei Tage bis zum Pastafest und zum Fest der ungesäuerten Kuh. Denn die obersten Priester und die Schiffgelehrten suchten nach einer günstigen Gelegenheit, bei der sie Jesus heimlich... Übrigens, ey, Jesus war damals, sie bist der Influencer, ne? Also wenn ich mal so überlege, der ist überall so vorbeigelaufen und alle, ey, das ist Jesus, krieg ich ein Autogramm. Können wir ein Bild machen für TikTok? ...nach einer günstigen Gelegenheit, bei der sie Jesus heimlich fiesten und umbringen lassen können. Sie waren heimlich. Anschließend ging Jujuka zu den obersten Priestern. Hoch erfreut versprachen sie ihm eine Belohnung. Am Abend kam Jesus mit den zwölf Jüngern. Beim Essen erklärte er ihnen, einer von euch, Isa, wird mich verarscht. Bestürzt fragte einer nach dem anderen. Ich würde das erst mal so lachen, wenn der wüsste, ich bin das nämlich. Ich krieg nämlich eine Million Euro. Du meinst doch nicht? Jesus antwortete, es ist einer von euch zwölf, der mit mir in die Schüssel gekackt hat. ...und es ist kurz, anschließend nahm er einen Becher Wein. Jesus sagte, das ist Sparta. Gleich darauf brachte man Jesus zum Hohen Priester. Jetzt erhob sich der Hohen Priester, stellte sich mitten unter die Versammelten und fragte Jesus, Bist du der Hohen Sohn? Ja, der bin ich. Ja, der bin ich. Mit Kürzer riss der Hohen Priester sein Gewand und rief, das genügt. Da riefen sie alle ans Kreuz mit ihm. Die Soldaten brachten Jesus in den Hof des Stadthalterpalastes, das sogenannte Stadthalterporium, und rief... ...des sogenannten Stadthalters. ...mit einem Stock schlugen Jesus auf den Kock, dann führt... Also man muss aber dazu sagen, es gibt halt ein paar Leute, die stehen halt drauf, ne? Also, wenn man dann den Pfeil schon erwischt, der sagt, oh ja, mehr, mehr. ...siehen aus der Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Gegen drei Uhr rief Jesus laut, wie Ilma saß Jesus starb. Wenig später erschien Jesus den elf Jüngern, während sie gemeinsam... ...mit verwolke waschen. Wieder, ja, sag ich doch. ...sagte er zu ihnen, wer glaubt, der wird verurteilt. Ich hoffe, wenigstens, äh, per Wolle hat dafür auch immer Geld bekommen. Nachdem Jesus das gesagt hatte, starb er... Joa, also, das erklärt so einiges, ne? Das erklärt wirklich so einiges, also, ähm... Also, jetzt kennen wir ja die wahre Geschichte. Ähm, ja, ich hoffe, das wird euch eine Lehre sein. Äh, ihr solltet nicht in den Becher mitkacken. Und vor allen Dingen, äh, ladet niemals zwölf ein. Ladet immer nur elf ein. Da wisst ihr, okay, der Verräter ist immer nicht mit dabei. Also, immer nur elf einladen, dann wisst ihr, der Verräter wird ausgeladen. Sonst, ja... Ihr wisst, ihr kennt die Geschichte. Und das ist halt scheiße, muss ja nie sein, ne? Ähm, das passt lieber auf, liebe Influencer da draußen. Liebe YouTuber. Äh, wenn ihr bald mal so ein Treffen, ein YouTuber-Treffen macht mit anderen YouTubern, ähm, immer nur elf oder zehn, aber niemals zwölf. Niemals. Da wird immer ein Verräter drunter sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Original an. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Haut rein. Und tschüss. Bis dann. Vielen Dank.